Die Freizeitläufer, für die das mit Sicherheit auch eine ganz tolle Gelegenheit hier ist, sofort beim Hupenfeld beim Sparkassen-Rossi-Nutzelauf. Jetzt fast der erste Sturz in die Sackere, aber noch mal gut gegangen. Man konnte ja nicht so mal anfangen. Das ist ein langer Zeitpunkt. Lukas, komm! 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 Auf geht's! 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 Schöne Applaus Komm! 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 Komm, Benni, so rand gleich! Komm! 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 Komm, komm, komm! 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 Auf geht's Kurt, auf geht's! Auf geht's Kurt, auf! Der Benjamin Dern, der da fast zum Außen hochgehen muss. 30 Meter vorne, Brotklammer und zweitplatzierte Roman, Posse aus der Schweiz und Lukas Erde. Der vierte Platz geht am Benjamin Dern und der ganze Birkenfeld. Und mit der 14.23 kommt noch hier in das Fußballpark Jonathan Hofer aus der Schweiz. Das waren die schnellsten sechs hier auf der Lohwiese.